Und damit Moinsen zu den VfB News, ja man kann tatsächlich sagen mal wieder, weil es jetzt ja wieder ein bisschen her, nicht irgendwie weil ich darauf keinen Bock hatte oder sowas oder weil ich die immer ausfallen lassen will, aber weil es halt einfach zeitlich neben Praktikum plus halt dazu noch die ganzen Vorberichte und so weiter, da ist halt dann gerade auch in dieser englischen Woche dann letzte Woche einfach überhaupt gar kein Zeitslot da gewesen. Die irgendwie logisch zu bringen, auch heute ist es schwierig, weil es ist ja irgendwie auch wahrscheinlich Freitag und Samstag irgendwie gemixt, quasi gefühlt gleichzeitig mit dem Vorbericht kommt und so, aber sonst stauen die sich halt wirklich viel, viel, viel zu lange auf, natürlich haben wir auch aktuelle Geschichten, die halt einfach interessant sind, da ist es ein bisschen uralter, wenn man am Anfang ein bisschen random Geschichten geht, ein bisschen Richtung Kader, geht natürlich auch ein bisschen Richtung Verein und natürlich dann am Ende die ganz aktuelleren oder die ganz wichtigen Geschichten Richtung Bielefeld und Richtung Spielplan, der ja auch rauskam. Also, Manu Kancha hat getweetet gehabt, nach dem Köln-Pokalspiel aus aktuellem Anlass, am Mittwochabend kam es in der Kancha-Kurve zu einer Auseinandersetzung an Online-Diskussionen über die Beteiligten und die Hintergründe beteiligen wir uns nicht, nur so viel, die Sache ist erklärt und dabei belasse ich es aus, weil diese Geschichte mit diesem Rapper da, da und hier und da, das haben wir auch im Stream schon mal angesprochen, deswegen brauche ich nicht weiter zu thematisieren, das ist einfach nicht wert. Ähm, klares Statement kam auch von Mario Gomez in seiner Funktion als Experte bei Amazon Prime Video, wie Dienstagabend Champions-League-Topspiele sich ja raussuchen, also das eine, was er immer haben, Dienstags. Ähm, zum Thema Kimmich, wo man auch sagen muss, ey, yo, seine Meinung, er muss sich nicht impfen lassen, wir haben keine Pflicht. Also, da wurde auch natürlich wieder von Medien und allem wieder so krass viel draus gemacht, weil einfach eine große Persönlichkeit im Fußball ist, der Kimmich, ist halt einfach so. Äh, Gomez hat auch eine ganz klare Meinung, wenn alle so reagieren würden wie er, würden wir noch ein Jahr ohne Zuschauer spielen. Ganz klare Aussage, die Stadien sind wieder voll und wir können uns auch deswegen freuen, wenn sich 60, 70, 80 Prozent der Menschen geimpft haben, dass das Leben wieder normal weitergehen kann. Liegt an denen, die geimpft sind und davon profitiert auch Kimmich und ob man sich dann so verhalten sollte wie er, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, ja, recht klare Aussage von Gomez, ist ja auch bekannt als wirklich intelligenter und einfach, ja, sehr, sehr korrekter Mensch. Ähm, kommt in der Aussage auch wieder 100 Prozent raus bei Gomez, ähm, und dann auch noch das On-News, die ich hier nirgends irgendwie gescheit reinbauen kann in irgendwelche Kategorien. Ähm, scheinbar haben wir ein Testspiel in der Länderspielpause am 10.11., also nächste Woche Mittwoch um 15 Uhr spielen wir scheinbar gegen den FC Zürich ein Testspiel laut der Seite fußball.de. Genau, wir machen jetzt ein bisschen Transfergeschichten, ähm, auch wenn es natürlich alles eigentlich hauptsächlich nur Gerüchte sind, natürlich, ähm, Medien, VfB war sich mit Pepi einig, äh, war auch schon vor letzter Woche natürlich, ähm, wir hatten scheinbar im Sommer eine Einigung mit dem US-Sturmtalent Riccardo Pepi, ähm, also mit ihm hatten wir eins, mit dem Klub ging es nicht, wegen Ablösen und so weiter, mittlerweile wird er sogar auch von Wolfsburg umworben. Auch beim Bayern hat er scheinbar schon mal ein Probetraining absolviert, ähm, da steht er auch auf dem Zettel und jetzt sind wir da leider schon bei, ja, 10 Millionen aufwärts, was Ablöse angeht. Ich weiß nicht, wie viel es im Sommer gewesen wären, aber scheinbar hatten wir mit dem auch eine Einigung und der passt ja auch voll in unser, ähm, Profil, ne, also wieder 18 Jahre Mittelstürmer, ich glaube auch wieder ordentlich Tempo, der Kollege, also, hätte er auch gepasst im Sommer, ähm, aber da wollte man wahrscheinlich einfach nicht, weil man ja wusste, wir haben ja Kaleitisch und Co., wir haben Sanko auf dem Weg, ähm, dann müssen wir jetzt hier nicht die Kohle rausnehmen, rausballern, äh, ja, also natürlich jetzt einen Rückblick anders zu bewerten wahrscheinlich, weil so ein noch weiterer Sturm hat wahrscheinlich schon was gebracht, aber natürlich konnte es kein Mensch wissen, dass wir so eine Verletzungsmisserie jetzt hier an den Start legen, ähm, wir machen so ein bisschen Leih, ja, Leihspieler-Watch so ein bisschen, habe ich auch ein Praktikum jetzt mal am Montag, ähm, Dienstag gemacht, ähm, das Leihspieler-Update beim VfB, ähm, natürlich auf der STN und STZ-Seite, auch ganz interessant, ähm, ähm, Chulinov hat dann, ja, mh, bei dem läuft es eh nicht so gut in Schalke, ne, sondern auch einen absolut beschissenen Pokalabend gehabt, in der Liga spielt ja auch gefühlt nie nur irgendwelche Kurzeinsätze im Pokal, durfte er mal von Beginn an ran, ähm, ja, das lief nicht so, also er hat, glaube ich, nach vier, fünf Minuten mega Bock geschossen, 1-0 für 18-60 ging es ja auch aus, Schalke rausgeflogen, nach 21 Minuten durfte er dann runter, wurde ausgewechselt ohne Verletzung oder sowas, ja, das ist dann mal die absolute Höchststrafe, ähm, für Aldonis läuft es ein bisschen besser bei Dresden, der spielt quasi ständig von Beginn an aktuell, ähm, also Köln-Trade jetzt aber nächstes Jahr, damit er zurückkommt, je nachdem, wie er es natürlich bei uns dann wieder einfindet, aber könnte tatsächlich eine Option dann für die Verteidigung sein, als Reserve und so weiter da hinten, ähm, da merken wir ja auch jetzt, ähm, klar, Ito und so machen, das ist top, aber wenn jetzt wirklich Kämpfen mal von Panos ausfallen, dann muss er hinten auch schon sehr, sehr kreativ werden, ähm, auch für den Winter, für den Transferfernsehen gibt es ein Gerücht, äh, zum Links-Ausset Cordoba, ähm, Inigo Cordoba, ähm, der eigentlich von der Didi Club Bilbao ist, sich da nicht so richtig durchsetzen konnte, der auch, glaube ich, viel Verletzungspech hatte, ähm, jetzt ausgeliehen ist in die, ähm, holländische Liga, in die niederländische Ehredevise zu den Go-Ahead-Eagles, ähm, wo es nicht, dass, das ist wirklich, das klingt eher wie, wie MLS, wie, wie die amerikanische Liga, irgendwie Go-Ahead-Eagles, aber okay, ähm, die Laie kann ja nur abgebrochen werden, das spielt der Top, neun Spiele, sechs Tore, eine Vorlage, Markwert anderthalb Millionen scheinen, aber auch die Hertha interessiert, ja, keine Ahnung, vielleicht As-Lai oder sowas, aber es, da ja dann bis dahin noch mehr zurückkommen sollten, Silas, die ganzen anderen Marmusch und so weiter, das ist wahrscheinlich alle schon in Richtung Länderspielpause oder danach, also im Winter, außer die verletzen sich natürlich alle nochmal oder irgendwas passiert, sollten wir dann quasi den Kader, bis auf Kalajcic und Sanko, doof gesagt, quasi wieder beisammen haben, deswegen, bis da Transferfenster beginnt, dann irgendwann im Winter, ich glaube, die Thematik, ich glaube, Soforthilfe wäre der Kollege, glaube ich, auch nicht, also ich glaube, die Thematik wird sich dann hoffentlich durch die ganz neue, die zurückkommen aus ihren Verletzungen, wieder eh erledigt haben, ähm, was sich nicht erledigt haben könnte, weil die Geschichte hier, nämlich Stenzel, weil der Spiel ja auch gefühlt nie jetzt in Augsburg, durfte er mal ran, kam dann ran, äh, per Einwechslung, ähm, ähm, aber da erscheinbar Fortuna Düsseldorf interessiert, vermutlich mal an der Laie und Kaufoption und wie auch immer, ähm, ja, wäre vielleicht gar kein schlechter Move für Stenzel in 2. Liga, äh, runter, ich glaube, Düsseldorf war gar nicht so schlecht dabei, ich glaube, ist jetzt nicht direkt im Aufstiegsring dabei, aber auch gar nicht so verkehrt, ähm, deswegen, ich glaube, die Thematik bleibt, und auch, äh, Philipp Klemen ist, glaube ich, eine Thematik, die im Winter interessant werden könnte, für Abgang, Laie oder wie auch immer, äh, wir machen kurz zwei Rück, äh, Rückkehrermeldungen, ähm, Sanko ist auch schon länger her als die News natürlich, ähm, erste OP bei ihm ist sehr, sehr gut verlaufen, so, dass die eigentlich geplante zweite OP scheinbar oder tatsächlich hinfällig ist bei Mohamed Sanko, da ist ja auch das Bild von ihm, ähm, in der Story, äh, ein bisschen durch Twitter gesegelt da, wo er da steht mit seinem, mit seinem, ja, ist das überhaupt noch ein Sixpack, es geht in Richtung, geht in Richtung Eightpack, was er da hat, also sehr, sehr muskulös, ist der Kollege, ähm, sehr, sehr sportlich unterwegs natürlich, logisch, ähm, und scheinbar ist die OP auch sehr, sehr sportlich, sehr, sehr top verlaufen, sodass die zweite sogar hinfällig ist, ich glaube nicht, dass es irgendwas an seiner Ausfallzeit verändert, ähm, der wird trotzdem noch Ewigkeiten fehlen, ähm, aber auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gute News, was das angeht, natürlich, falls ihr euch das angucken wollt, alle anderen News und so weiter, wie immer, in dem Summellink in der Videobeschreibung, auch interessant, sie sehen es zurück, hast du auch gefühlt abgemeldet, irgendwie im Kopf, weil der tatsächlich ist zwölf, ja, zwölf Minuten war es maximale, war es auf dem Platz stand bei uns, äh, am Stück und das war gegen Freiburg letzte Saison am ersten Spieltag, da waren wir noch mit Masken und, glaub, 9000 Zuschauer im Stadion, eins der beiden Dinge wird auch am Samstag der Fall sein, da kommen wir natürlich später nochmal drauf, ähm, der ist zurück jetzt, ähm, zurück im Mannschaftstraining, das heißt, auch eine Option, zumindest für den Kader, wie auch immer, auf jeden Fall schön, noch eine weitere Option vorne zu haben, 19 Jahre hat der Kollege auch einen Flügelflitzer aus Frankreich, Momo, muss ich sehe, haben wir ja geholt, ähm, dann haben wir die kurze Diskussion zum Thema Verletzungen und ist da irgendwer schuld dran, doof gesagt, äh, im Genauen der gute Oliver Bartlett, ähm, den wir hier als, ja, medizinische Abteilung und hier Belastungssteuerung, Intensität und so weiter bei uns haben, der schon bei Leverkusen rausgeflogen ist dann irgendwann, weil, ja, er als Auslöser für viele Verletzungen dann gegelten hat, ja, schwierig, ähm, haben wir auch jetzt hier natürlich im hauseigenen Podcast hier bei uns, also Podcast von Philipp Meisel und, ähm, Christian Paafitsch, also hauseigen, weil auch der Bereich, in dem ich beim Praktikum natürlich auch mit am Start bin, ähm, hat natürlich auch richtigerweise gesagt, dass das viel halt einfach wirklich sehr, sehr viel Pech war und man da auch wenig jetzt krass auf Bartlett zurückführen kann, ähm, viel auch einfach im Spiel passiert, durch, durch Zweikämpfe oder im Training und sowas, also, ja, schwierig, da jetzt irgendwie einen Schuldenbock dafür irgendwie suchen zu wollen, also ich glaube, dem kann man jetzt nicht die Schuld in die Schuhe schieben wegen irgendwas, natürlich ist es was, wo man dann gucken muss und Belastung und so weiter, ähm, auch natürlich die Mangala-Geschichte da war kacke, also sich verletzt hat, dann quasi zurück war und sich direkt wieder verletzt hat, aber halt wahrscheinlich irgendwie was, was falsch gemacht in Sachen Belastung und sowas, ähm, es war aber noch letzte Saison, deswegen. Ja, keine Ahnung, schwierig, schwierig, einer hat hier eine Liste gemacht, äh, Jute Jonas Müller auf Twitter eine Liste gemacht gehabt, ähm, eine Liste unserer Ausfälle, Verletzungen dieser Saison nach 10, in Worten 10 Spieltage, habe noch nie so etwas gesehen, das ist wirklich unfassbar und fällt mir schwer, mit Pech zu argumentieren, das geht natürlich auch nochmal in die Richtung, ähm, also, Coronavirus-Infekt oder Schrägstrich-Infekt waren Müller, Anton Mangala-Natei, Massimo, Tommy, Kodibali, Kaleicic und Förster, der ist ein Infekt, ähm, Gegner-Einwirkung hat er hier fünf Stück genannt, Mola, Beckenprellung, Führichs-Schlüsselbeinbruch, Kaleicic-Schulterverletzung, Mammusch-Blessur, Sanko, schwere Bänderverletzung, strukturell, also Knochen und so weiter, hat er drei genannt, nämlich Eckloch mit der OP nach Mittelfußbruch, Führich bei Problemen mit dem Fußgelenk und Sisseda, ein Knochen, eine Knochenabsplitterung, Bänder hat er zwei aufgelistet, Milo, Innenband anderes, Knie und Silas Kreuzbandriss und Muskelnkämpf, drohender Muskelfaserriss im Oberschenkel, Afropanas kleiner Muskelfaserriss im Beckenbereich, Mangala-Muskelbündelriss, Karasor muskuläre Probleme, Ahamada-Wadenverletzung, Fahir muskuläre Probleme, alte Verletzungen, Klammern und Nathai auch muskuläre Probleme, also, also alles angesammelt, was in zehn Spieltagen passiert ist, das ist unfassbar, das ist wohl eine Riesenliste hier ist, das sind dann neun, das sind vierzehn, das sind siebzehn, das sind ja sechstundzwanzig Geschichten, wenn ich jetzt gerade nicht, was typisch für mich wäre zu blöd für Mathe bin, aber das ist ja unglaublich, ja, das ist sehr, sehr schade, aber ich glaube, zum Thema Verletzungen braucht man nicht mehr viel zu erzählen, da ist jetzt ja gerade eben quasi die PK jetzt hier am Freitag, die natürlich für den Vorbrich dann wichtig wird und mal gucken, was da dann so bei rumkommt, was so an Verletzten zurückkommt, dann vielleicht doch noch. Auch interessant, natürlich die Bundesliga-Teams, wie sie in ihrem Marktwert steigen und das sind wir auf Platz zwei, was das angeht, also unser Marktwert ist von 93,1 Millionen im Januar, also 1. Januar, Jahresstart, nun hochgeschossen auf 152,66 Millionen, also um 64 Prozent hoch, das ist eine, ja, Änderung von knapp 60 Millionen, aber es ist, ich glaube, nicht in Euro, also, ja, scheiß drauf, 60 Millionen grob, was die Nummer zwei bedeutet, in Wolfsburg ist noch mehr gestiegen, da waren es 61 oder 62 Millionen, unter unserem Frankfurt-Kräuter-Fürtt-Boch und natürlich auch viele Aufsteiger und so und viele, wo es gerade, oder wo es die letzten Jahre gut lief, wie Frankfurt, natürlich dann die Marktwerte steigen, Kalajdzic auch schön, ist auf Nummer acht, was die Spieler angeht, also nicht nur Klubs, sondern die Spieler angeht, um 389 Prozent ist der Kolleg im Marktwert gestiegen, also ununglaublich, da sieht man halt, das kann funktionieren, alles, was wir hier machen mit Talenten, auch in Sachen Marktwert und dann eben billig kaufen, entwickeln, teuer wiederverkaufen, das kann alles schon funktionieren, ähm, da sind wir schon beim Mann, der bei uns so ein bisschen dafür, ja, verantwortlich ist, nämlich Sven Missentat, der heute seinen 49. Geburtstag feiert, wozu davor auf den geiles kurzes 16-Sekunden-Video hochgeladen hat auf Twitter und Instagram und Co., ähm, eben mit alles Gute und da kann man kurz ein Happy Birthday-Lied im Hintergrund laufen und sehen vor uns, Missentat sich hier drei, vier Mal einfach sensationell freut, das ist so geil, auch dieses Gehüpfe und umarmen mit Rino nach dem Tor gegen Union war, das ist sensationell, der Typ lebt den Verein, das ist grandios, ähm, Thema Verein, machen wir das Ranking, was kam, ähm, nämlich die Studie zur Fußball-Bundesliga in Sachen beliebteste Klubs, ähm, und da stehen wir tatsächlich auf Platz 13, also ich weiß nicht genau, nach welchen Geschichten die da immer gucken, wir sind auf Platz 13, die Bayern ganz vorne, ich kann mal kurz durchhuschen, wer noch dabei ist, also Bayern ganz vorne nach Dortmund auf zwei, Gladbach, drei, dann kommt RB Leipzig auf vier und eigentlich genau ab da kannst du diese Studie ad acta legen, würde ich sagen, wenn Leipzig als viert beliebtester Bundesliga-Club auf einmal da steht, ähm, wir machen Klub weiter, nehmen wir nochmal zwei Statements mit aus dem Augsburg-Spiel, ähm, die ich jetzt nicht im Nachbericht drin hatte, einmal vom Vertikalpass, die 1 zu 4 Niederlage in Augsburg war ein echter Tiefschlag, aber wir waren uns nicht alle sicher, aber waren wir uns nicht alle sicher, dass der VfB in der zweiten Saison im Abstiegskampf stecken wird, jetzt ist es soweit auf Platz 13 mit fünf Punkten Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze, wohlgemerkt, so what? Ähm, nach der Niederlage muss jetzt gegen Bielefeld allerdings dringend ein Heimsieg her und Mannschaft und das Trainerteam müssen eine Lösung finden, wie trotz der elendlangen Verletztenliste zu realisieren ist, ähm, natürlich darf man Personaleinstellung, Taktiktraining und Zusammenstellung kritisch hinterfragen, aber für Panik ist das eindeutig zu früh und das junge Team hat vollen Support gegen Bielefeld, mehr als verdient, äh, volle Zustimmung auch hier von, ähm, Carl Johnson, 1893, finde ich auch noch sehr wichtig, ähm, anstatt zu jammern, lasst uns doch ausnahmsweise mal anders reagieren und die Mannschaft anstatt fertig zu machen, weiter zu unterstützen, die momentane Situation ist halt einfach, aufgrund von anderen Faktoren beschissen und das finde ich hier mit am wichtigsten, ähm, ich finde nach der letzten Saison hat die Mannschaft sich auch einen gewissen Kredit erspielt, lasst uns nicht das schwierige Umfeld, sondern das Unterstützende sein, wir haben schon Schlimmeres gemeinsam durchgestanden, in diesem Sinne Forza VfB, vor allem das letzte Teil mit dem Kredit erspielt und so weiter, finde ich sehr, sehr wichtig und so wirkt es auf mich auch, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir die absoluten, keine Ahnung, Shitstorms und alles über Social Media irgendwie an die Spieler weitergeben, das ist, das war schon deutlich, deutlich schlimmer schon mal, klar war die Situation auch schon mal deutlich, deutlich schlimmer, vor allem tabellarisch und spielerisch, logisch, äh, aber vom Gefühl her machen wir da auch als Umfeld jetzt gerade keinen allzu schlechten Eindruck. So, dann würde ich sagen, wir kommen mit zu den interessantesten Geschichten hier nach hinten, ähm, auch schon ein paar Tage her, trotzdem nenne ich es natürlich, äh, Hitzesberger Aussage, ich bin mir sicher, dass wir Schritt für Schritt wieder ein volles Stadion haben werden, dazu wird auch beitragen, dass wir hoffentlich ab Dezember, ab Anfang Dezember wieder Dauerkarten anbieten können, je nach Pandemielage, ist auch sehr interessant, konnte man schon so ein bisschen erwarten, jetzt kam auch die offizielle Aussage, ähm, dass wir eben vermutlich wieder eine richtige Rückrunde, ähm, Dauerkarte haben werden, einen richtigen Dauerkartenverkauf, nicht das Dauerkartless, einen richtigen Dauerkartenverkauf. Auch ein schöner Schritt nach vorne, finde ich, dass es eine Umfrage gab, äh, nach dem Unionsspiel vom VfB, äh, zum, äh, eben Stadionerlebnis, ähm, zum Thema mobile Tickets, zum Thema 2G-Regelung und so weiter, Eintritt und sowas, fand ich sehr gut, hab ja auch selber dran teilgenommen, äh, natürlich auch die Ergebnisse jetzt hier, dass das alles generell recht gut ankam, ähm, ähm, dass natürlich das, äh, Prozedere zum Einlassen ein bisschen dauert noch, also ich stand da auch jedes Mal, also bis auf Ausnahme vom, Ausnahme vom Köln-Pokalstil, ging es wirklich schnell, aber sonst stand ich wirklich auch immer 20, 25 Minuten an, bis man halt nicht reinkam, aber so ist es halt, das ist auch nicht schlimm oder so, aber es ist auch ein sehr schön, schönes Zeichen, dass wir jetzt hier auch mal wirklich, ja, die Leute einfach befragen und mitnehmen und eben auch Sachen dann sich hoffentlich runterschreiben, die eben dann als Kritik kam, finde ich gut, ähm, auch ein schönes Zeichen, der VfB sagt Danke, ähm, die Corona-Pandemie hat viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, besonders geforderte VfB Schold bedankt sich für deren unermüdlichen Einsatz und lädt aus sechs Kliniken der Region zu einem der beiden kommenden Heimspielen in den Mercedes-Benz Arena ein, sehr, sehr schönes Ding, das heißt, sie können sich entweder aussuchen, dass sie gegen Bielefeld jetzt schon morgen am Start sein wollen oder eben gegen Mainz 05, ähm, am 26. Freitagabendspiel, ähm, um 20.30, schöne Aktion, absolut verdient, finde ich gut, ähm, und wir kommen eben zum Thema, ja, gegen Freiburg hat man es schon damals, aber halt noch mit 8.000 Zuschauern in einer anderen, ja, andere Pandemielage ist auch nicht komplett richtig, ne, aber einfach in einer anderen Lage, in einer anderen Situation hat man es auch schon letztes Jahr dann im, was waren das dann, war es September wahrscheinlich, ne, September, Oktober, ähm, Maske tragen im Stadion, ähm, und das kommt jetzt auch auf uns wieder zu, weil eben die Warnstufe ausgerufen wurde, ich kriege das ja auch, bin da, glaube ich, wirklich auch up-to-date wie sonst, das war ich ja auch in der, in der Arbeit hier immer wieder Corona-Daten und sowas fälzen darf, ähm, als Praktik, ähm, Warnstufe ist ausgerufen worden am Mittwoch, nachdem zwei, zwei Werktage am Stück, ähm, die Intensivbette mit Covid-19-Patienten, ähm, ja, eben entsprechend gefüllt sind, also mit über 250 Patienten gefüllt sind, jetzt sind wir, glaube ich, bei 298 gewesen, gestern zu heute, habe ich es so gar nicht geschaut, ähm, bedeutet einfach für uns dann im Stadion eine Maskenpflicht, denn, ja, es gibt eben nicht nur für Ungeimpfte dadurch Änderungen, also auch für uns, äh, gibt es eine Änderung, nämlich eben die Maskenpflicht im Stadion, das heißt, man muss wieder nicht nur quasi beim Einlass und beim, ja, bei Abreise und bei, bei Anreise quasi, äh, die Maske aufhaben und danach kann man direkt wieder abziehen, wenn man durch die Security durch ist, ne, man muss jetzt auch im Stadion tragen, auch am Platz tragen, natürlich, Getränke und sowas kann man natürlich auch, ähm, dann wieder runternehmen und auch beim Essen, logisch, geht ja auch nicht anders, ähm, aber wir haben wieder eine Maskenpflicht im Stadion, ab, also ab morgen und solange eben diese Warnstufe anhält, also mal gucken, wie lang das Netz, wie lang wir das Niveau halten, es ist ja eher davon ausgehen, dass es im Winter nicht unbedingt besser wird, was die Zahlen angeht, historisch, ähm, deswegen mal gucken, das nächste Spiel ist ja wie gesagt am 26., also in, ja, sogar vier Wochen dann fast, ähm, und da, also das nächste Heimspiel ist in vier Wochen fast, mal gucken, vielleicht geben wir es bis dahin hin, wieder unter 250 zu kommen und eben auch dann wahrscheinlich zwei Werktage am Stück unter 250 zu kommen, vor dem Heimspiel, weil wir eben ab dem Heimspiel keine Masken mehr tragen müssen im Stadion, ähm, das gilt natürlich auch nur für die Großen, ne, ähm, das gilt nur für die ganz Großen mit 2G-Optionsmodelle und so weiter, also Großveranstaltungen und sowas, wenn ich das hier richtig verstehe, vom VfB-Serviceteam, ähm, im Amateursport mit weniger Zuschauern, da entfällt die Masken, oder dann, da entfällt die Maskenpflicht scheinbar weiterhin, ähm, ja, schwierig, schwierig, hat auch jemand noch geschrieben, anscheinend gibt es aber auch Einschränkungen für Geimpfte und Genesene oder warum gilt bei einer Outdoor-Veranstaltung an unter 2G-Regelungen wie dem Heimspiel des VfB am Samstag wieder eine Maskenpflicht für Geimpfte und Genesene, ähm, ja, ist natürlich eine gute Frage, weil es stehen natürlich offiziellen Meldungen und sowas, wir haben die kritische Marke überschritten für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene treten eine Einschränkung in Kraft, ja, ist ja nicht nur für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene, weil es ist halt ganz schlicht und ergreifend, das ist halt einfach eine Einschränkung wieder im Stadion mit Maske stehen zu müssen oder sitzen zu müssen, ähm, nicht im Sinne von Hilfe, ich mag keine Maske tragen oder irgendwie, ich habe ein Problem mit einer Maske zu tragen, das nicht, aber auch gestern im Stream dazu haben wir schon ein bisschen gequatscht gehabt, im Community-Stream, das ist es überhaupt nicht so, ich trage die Maske, ich habe sie auch in meinem Diakonie-Ferienjob den ganzen Tag getragen, es ist gar kein Stress so, äh, aber es kackt halt komplett in die Atmosphäre rein fürs Spielmorgen, es kackt komplett rein, weil du einfach erstmal in diese Maske singst, das heißt, da kommt, du singst gefühlt die Hälfte vom Sound oder so, singst du in diese Maske rein, das ist einfach nervig, da kann Leute davon abhalten zu singen, weil sie denken, ey komm, ich brülle da eh nur in so eine blöde Maske rein, da kommt doch eh nichts raus bei, ähm, plus Nummer eins, wenn sie weiterhin organisierten Support machen, die, die Cannstatt-Kurve, dann ist natürlich auch die Kurve unten und der Vorsänger und so haben auch Maske, außer natürlich, die machen den Move, haben den ganzen Tag einen Leberkäs in der Hand oder haben den ganzen Tag ihr Getränk in der Hand und haben dann die Maske runter und tun sie, als würden sie trinken oder tun sie, als würden sie essen, kann natürlich auch sein, dass es solche Leute geben wird im Stadion, ähm, um eben diese Maskenpflicht so ein bisschen zu dribbeln, auch wenn es einfach maximal dumm ist, ähm, aber auch die singen dann in diese blöde Maske rein, aber noch viel wichtiger, es kann gut sein und würde mich nicht wundern, wenn die jetzt dann morgens sagen, nö, Jungs, machen wir nicht, weil es, klare Meinung war ja von der Cannstatt-Kurve lange, wir machen wieder organisierte Stimmung ab Union, weil es wird wieder voll das Stadion, es kann wieder ganz voll werden, plus wir haben unsere Stehplätze zurück, plus keine Maske am Platz, 2G ist noch nicht perfekt, Normalität, aber ist der nächste Schritt zur Normalität, deswegen sind wir zurück. Jetzt ist wieder ein Schritt zurück und alle bei den Stehplätzen und so haben sie noch, Auslastung haben sie auch noch, 2G haben sie auch noch, äh, aber halt die Maske wieder, also es würde mich nicht wundern, es wird noch nichts offiziell dazu kommuniziert, ähm, die Hoffnung ist immer noch so ein bisschen da, dass wir vielleicht wegen der Ernsthaftigkeit der Lage sagen, ey, komm, scheiß auf das Team, brauch den Support, wir machen auch mit Maske weiter, aber mich würde es auch nicht wundern, wenn da morgen dann weniger kommt, also weniger Stimmung kommt, organisierte Stimmung quasi abgemeldet sein wird morgen, würde mich auch nicht wundern, bin ich sehr gespannt, wenn dann eben auch, äh, ja, in Richtung Union-Zahlen es geht, weil da kam auch die News raus, dass Stand gestern 30.500 verkauft wurden, ein bisschen hat er es ja ein bisschen gehofft, gab es auch 40.000 plus, das wird sich wahrscheinlich nicht erfüllen, ähm, und man rechnet, äh, so ein bisschen mit 33.000 morgen im Stadion, was ja ein bisschen mehr wäre, als die 32.500 gegen Union, aber jetzt auch nicht, ich hätte auch gehofft, vielleicht in Richtung 40, ähm, keine Ahnung, vielleicht kackt da manchen das Masken-Ding rein, oder zumindest den kurzentschlossenen, weil das, die jetzt ein Ticket haben, Dauerkertler haben da, ne, das ist ja ewig her, da war die Warnschufe noch nicht erreicht, noch lange nicht, ähm, natürlich auch die Leistung kann gut sein, sonst ist es halt wirklich eine viel, viel geilere Anschlusszeit mit Samstag 15.30, ein Gegner, den du schlagen kannst, musst, der wichtig ist, ähm, als halt Union an einem Sonntag um 17.30. Da hatte ich es ein bisschen gehofft, dazu sind ja auch noch Ferien, sowieso Wochenende, aber dazu auch noch Ferien in Baden-Württemberg, ähm, ja, keine Ahnung, hat ein bisschen mehr erhofft, aber ist okay, wenigstens nicht drunter, wenigstens ein bisschen mehr als Union, ähm, ja, bin mal sehr gespannt, was das Morgenverlebnis wird im Stadion, mal ganz abgesehen vom, ähm, Spiel, jetzt eben aufgrund der Maske, natürlich da gerne die Meinung dazu, äh, hier unter den Kommentaren dalassen, ähm, ob ihr im Stadion seid, was ihr davon haltet, von Maskenpflicht und Co., und natürlich, was ihr generell zu den Themen hier sagt, wie auch das hier, was wir jetzt quasi noch ganz zum Schluss haben, die Ansetzung der Spieltage, 14 bis 21 wurden gestern auch rausgehauen, wir wissen jetzt zweimal gegen wen genau spielen, also wir gehen jetzt mal durch, 14. Spieltag, wir spielen am Sonntag 15.30 Uhr zu Hause gegen Hertha, ähm, Spieltag drauf ist ein Samstagabend-Topspiel der Woche, quasi 18.30 Uhr in Wolfsburg, ähm, dann kommt, ja, wahrscheinlich die größte Frechheit der Ansetzung, was diese Spiele hier angeht, die nächsten Acht, die da angesetzt wurden, wir spielen gegen die Bayern, unter der Woche ist es ja, das war ja schon bekannt, dass es dieses englische Woche-Ding wird in der, ähm, im Dezember, wir spielen Dienstagabend, 14.12, da um 18.30 gegen die Bayern, da natürlich auch für alle Arbeitnehmer und, ja, es ist einfach schön, 18.30, oder auch für alle, die in der Uni sind und lange Vorlesungen haben, whatever, ist 18.30 natürlich super geil einfach, oder auch Schüler mit Mittagsschule ist 18.30, ja, ist super, 18.30 ist eine spitzen, spitzenklasse Anschlusszeit, also zum Brechen dieser Ansetzung, vor allem, keine Ahnung, so vom Gefühl her ist auch dieser, wenn man 18.30 Slot und ich glaube ich ein 20.30 Slot an diesen englischen Wochen, also eigentlich ist auch 20.30 Slot auch für die TV-Sender und alles doch viel, viel attraktiver und da werden es wahrscheinlich viel mehr Leute abgreifen, die gucken, als um 18.30 und da kann es mir nicht erzählen, dass wieder unser Spiel gegen die Bayern schon so dermaßen uninteressant geworden ist, dass wir dann einen 18.30 Slot bekommen, also ich verstehe es überhaupt nicht und auch selbst wenn, wenn man sagt, klar, das ist auch einfach so, wir sind nicht mehr der Top-Club, also Stuttgart Bayern war früher mal ein Topspiel, das ist es jetzt einfach nicht mehr, aber die Bayern kriegen normalerweise immer den absolut besten Slot, den es gibt, die können im Pokal-Halbfinale gegen Hinterdupfingen spielen und spielen den perfekten Slot und spielen perfekt in der ARD und live und alles und können gegen den 18 Ligisten spielen jetzt auf einmal, dann schicken sie die Bayern in den Dienstagabendspiel um 18.30 gegen uns auswärts so ein bisschen der Südschlager ja immer noch, seit er trotzdem noch Prestige, das Duell so ein bisschen, also die Ansatz ist komplett frech auch ein bisschen schade für Auswärtsfahrende ist das Köln-Spiel am Spieltag drauf, letztes Spiel vor der Winterpause, 17. Spieltag nämlich, ist dann in Köln am Sonntag um 17.30 ist ein bisschen schade weil es einfach, ja, dann für die heißt, dass man irgendwie Sonntag erst sehr, sehr spät heimkommt wahrscheinlich, aber es ist auch nicht allzu dramatisch, nur ein bisschen schade, da wäre ein Samstag oder eben die frühere Anschlusszeit wie Augsburg mit 15.30 ein bisschen angenehmer gewesen für die Auswärtsfahrer danach haben wir 18. Spieltag, zwei Auswärtsspiele am Stück also, haben wir Fürth, auch erreichbares Auswärtsspiel was die Entfernung angeht und das ist am Samstag 15.30 auch ganz angenehmes Auswärtsspiel in Fürth und danach haben wir auch jetzt dann vier Stück am Stück Samstag 15.30 auch ganz geil dann eigentlich von der Ansetzung, was das angeht ab dem neuen Jahr vor allem haben wir dann am 15.1. 19. Spieltag gegen Leipzig ein Heimspiel Samstag 15.30, dasselbe gilt für das Auswärtsspiel in Freiburg auch Samstag 15.30 und auch das Heimspiel gegen Frankfurt dann 5.2., das ist das letzte, was gemacht wurde oder angesetzt wurde ist Frankfurt zu Hause auch Samstag 15.30, das heißt tatsächlich hier, wenn ich es gerade sehe, drei Auswärtsspiele am Stück die alle erreichbar sind, Köln Fürth und Freiburg, das könnte eine ganz geile auswärts Phase werden für die Fans und vielleicht auch für mich mal gucken, ob da irgendwie, was ich da mitnehmen und was ich auch mitnehmen kann und ganz zum Abschluss noch mal zum Einstimmen hier dann doch für morgen für das Stadion, für die, die den Text noch nicht ganz drauf haben wir haben einen neuen Song, seit dem Union Spiele Tag, einen Tag aus, hat Geekanstal-Kurve-TV auch hochgeladen, jetzt auf YouTube gestern Abend ist hier der allerletzte Link unten in dem Sammellink die letzten News hier für heute, die könnt ihr euch ja mal reinziehen den Song, den Text aneignen, könnt ihr auch im Stadion mitbrüllen und dann war es das von diesen VfB-News wie gesagt, Vorbericht kommt dann noch, mal gucken was zuerst kommt, auf jeden Fall kommen beiden so zeitlich recht ähnlich, in einem ähnlichen Zeitfenster Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal